20 Kilogramm, Max Cis gegen Malte Normann. Breitens Speule, 70-90 Kilogramm, Thomas Wittig gegen Matthias Buchheit. Komm, Malte! Beide Mann und hohe. Ich bin in der Hand. Die Dürfe, die Dürfe, die Dürfe. Beide Mann und hohe. Beide Mann und hohe. Beide Mann und hohe. Und jetzt gut zu kommen. Ich bin in der Dürfe. 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 Komm da, komm da, komm da! Super! Schönen Sie mal. Genau, weiter so. Baut dich! Schönen Sie mal! Arme vor! Gehen Sie auf den Weg, Max. Rückwärts, immer bewegen, bewegen! Großmachtel! Kein Schraubverdammt! Brauch! Sauber! So, Mann! Das war doch mal! Das war das Künstler. Das ist das Künstler. Das ist ein Lägerstab. Das ist ein Lägerstab. Das ist ein Lägerstab. Das ist ein Lägerstab. Das ist ein Lägerstab.